Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich muss mich direkt mal wieder beschweren. Ich weiß, ich weiß, das mache ich in letzter Zeit häufiger und das ist eigentlich nicht gut, denn eigentlich sehen wir ja gerne die positiven Dinge des Lebens, aber ich lebe an einer sehr, sehr befahrenen Kreuzung. Klar, ich wohne mitten in Köln, das habe ich mir selbst so ausgesucht, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben, nicht wahr? Ja, richtig, bis zu einem gewissen Grad, denn ich wohne ein paar Monate hier, da hat sich die Stadt Köln plötzlich dafür entschieden, hier sämtliche Straßen aufzureißen. Das wusste ich nicht, dass es passieren wird. Also wirklich, die ganze Straße wird gerade aufgerissen, die ganze Straße ist schon aufgerissen und als wäre das nicht genug, dass den ganzen Tag über hier irgendwer am Hämmern ist. Ich hoffe, ihr hört es nicht, weil ich glaube, das Mikrofon ist gut genug, um das zu filtern. Haben sie jetzt auch noch beschlossen, eine Nachtbaustelle aufzumachen. Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber es ist richtig krass, denn ich habe jetzt ein Zeitfenster von drei, vier Stunden, wo die gerade mal Feierabend haben. Da fangen die da drüben nämlich an. Ja, Geduld, ganz, ganz viel Geduld und Oropax. Das ist mein Geheimrezept im Moment. Wie geht es euch? Ist bei euch alles in Ordnung? Genießt ihr diesen Sommer? Es ist ja richtig warm. Also das ist ja wirklich erfreulich, die Temperaturen und die Sonne. Da kann man auch mal über fünf Baustellen gleichzeitig hinwegsehen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oh, und wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt, könnt ihr das auch sehr gerne machen. Möglicherweise beschwere ich mich da auch hin und wieder mal über die Baustelle, aber das gehört dazu. Ich habe euch heute einen sehr, sehr krassen Fall mitgebracht. Dieser Fall holt alles an Emotionen aus einem heraus. Von Wut über Trauer bis hin zu Glück und einem sehr inspirierten Gefühl. Und ich hoffe, den Fall heute genauso rüberbringen zu können, dass ihr diese Bandbreite an Emotionen auch so spüren könnt und würde sagen, wir steigen ein. Am 14. Oktober 1953 kommt ein kleiner Junge in West Virginia zur Welt. Er heißt Bobby Joe Long und wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Ehe seiner Eltern hält nicht lange und als Bobby gerade mal zwei Jahre alt ist, scheiden die beiden sich. So wächst er dann mit seiner Mutter, die dann alleinerziehende Mama ist, in Florida auf. Sie arbeitet in Miami als Kellnerin, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Viel verdient sie jedoch nicht. 1960 heiratet die Gute noch einmal. Es wird umgezogen zum neuen Ehemann. Die Ehe scheitert aber wieder und man zieht wieder zurück nach Florida. Manchmal kommen sie dann dort in Mietswohnungen unter, manchmal schlafen sie in Art Campingwägen oder bei Verwandten. Es ist ein sehr unbeständiges Leben und Bobby hat kein richtiges Zuhause. Es heißt, Bobbys Mutter war viel damit beschäftigt, einen Mann zu suchen. Sie hat immer den Wunsch nach einem Partner an ihrer Seite gehabt und das hatte teilweise eine größere Priorität in ihrem Leben als ihr Sohn. So ist es einmal dazu gekommen, dass Bobby im Alter von vier Jahren fast ertrunken ist, während seine Mutter am Strand mit Männern geflirtet hat. Und ich meine, ich verstehe das schon. Also nicht, dass man nicht auf sein Kind aufpasst und es fast ertrinkt, während man flirtet. Aber alleinerziehend zu sein ist unfassbar hart. Ich habe so viele starke Frauen in meinem Umfeld, bei denen ich die ganze Geschichte so mitbekommen habe. Und dass man sich da wieder nach einem Mann sehnt und natürlich auch einfach Bedürfnisse hat, das ist ganz natürlich. Das finde ich total in Order. Jedoch fühlt sich Bobby seine ganze Kindheit lang deswegen latent vernachlässigt. Dazu kommt, dass der Kleine sich auch immer wieder irgendwelche Verletzungen zuzieht. Ich weiß nicht, es gibt diese Kinder, die ziehen das einfach an. Bei mir und meiner Schwester ist es zum Beispiel so, dass ich nie, toi toi toi, eine größere Verletzung hatte. Meine Schwester hingegen sich andauernd was gebrochen hat oder irgendwo gegengelaufen ist. Also es ist wirklich so, dass manche Kinder einfach wilder sind, vielleicht sogar ein kleines bisschen tollpatschiger. Und Bobby war auf jeden Fall so ein Kind. Er hatte eine Verletzung nach der nächsten. Im Alter von fünf Jahren stürzt er zum Beispiel von einer Schaukel. Im darauffolgenden Jahr prallt er auf seinem Fahrrad mit einem Auto zusammen und verliert jede Menge Zähne. Hierbei erleidet er auch eine Gehirnerschütterung. Wenig später stürzt er dann auch einmal vor einem Pony. Dabei stürzt er so stark auf den Kopf, dass er noch Jahre später mit Übelkeit und Schwindelanfällen zu kämpfen hat. Zu seiner leicht tollpatschigen Art und den ganzen Verletzungen, gerade den ganzen Kopfverletzungen, wo es bei uns True Crimeern ja schon ein bisschen klingelt, dazu komme ich später noch, kommt dazu, dass er auch einen Gendefekt hat. Dieser ist ganz selten und nennt sich das Kleenefelder-Syndrom. Das beschreibt, dass sein Körper mehr Östrogene als der durchschnittliche männliche Körper produziert. So kommt es dann dazu, dass ihm während der Pubertät zum Beispiel Brüste wachsen. Die werden dann operativ entfernt. Das Problem wird also behoben, jedoch hinterlässt es seine Spuren. Denn den Klassenkameraden ist das natürlich aufgefallen. Und Teenager, haben wir schon öfter drüber geredet, sind so gemein wie niemand sonst. Und die machen sich natürlich eine Freude daraus, Bobby deswegen zu mobben und zu ärgern. So wächst Bobby mehr oder weniger ohne Freunde auf. Und auch das Verhältnis zu seiner Mutter ist, wie bereits beschrieben, ein schwieriges. Es wird als Hassliebe betitelt. Auf der einen Seite liebt Bobby seine Mutter über alles. Auf der anderen hält er sie für eine sehr manipulative und einnehmende Person. Es heißt, er habe bis zu seinem 13. Lebensjahr bei seiner Mutter schlafen müssen, weil sie das so von ihm eingefordert hat. Dazu muss man natürlich sagen, dass es auch einfach immer sehr wenig Platz gab, da die beiden sich ja nie eine größere Wohnung als eine Einzimmerwohnung leisten konnten. Und trotzdem hat sie darauf bestanden, Bobby immer unfassbar nah an sich zu haben. Bobby erzählt später, dass das dazu geführt hat, dass er regelmäßig seine Mutter beim Sex beobachtet hat, weil das einfach in seiner unmittelbaren Nähe passiert ist. Dann gab es da auch noch die sexy Outfits, die Bobbys Mutter immer zum Kellnern getragen hat, um dieses gewisse Extra-Trinkgeld einheimsen zu können. Und auch das war etwas, was Bobby sehr missfallen hat. Bobby zeigt im frühen Teenager-Alter schon Verhaltensauffälligkeiten. So stirbt zum Beispiel der Hund seiner Mutter daran, dass Bobby ihm mit einer Pistole in den Penis schießt. Warum? Und das sind diese Merkmale, die ich eben schon leicht angeteasert habe. Da sind die Kopfverletzungen und jetzt die Tierquälerei. All das sind ja die Merkmale, die auf einen möglichen späteren Mörder oder Psychopathen hinweisen. Selbstverständlich nicht jeder, der eine Kopfverletzung hat, wird später mal ein Mörder. Aber das sind so Motive, die in vielen dieser Geschichten einfach immer wiederkehren. Bobby sagt später über den Vorfall mit dem Hund, dass es gerecht gewesen sei, denn seine Mutter habe den Hund besser behandelt als ihn. Zu dieser Zeit lernt Bobby dann auch seine spätere Frau Cindy Brown kennen. Die wohnt in der Nachbarschaft und für Bobby ist das eine ziemlich gute Zeit. Er schließt in der 10. Klasse dann auch die Schule ab und geht zum Militär. Im Frühjahr 1974 heiraten Bobby und Cindy dann auch. Bobby ist gerade mal 21 Jahre alt. Aber ich glaube, das war damals nicht so unüblich, oder? Ich glaube, das Durchschnittsalter, in dem man heiratet, verschiebt sich immer weiter nach hinten. Lasst uns das mal googeln. Wann heiratet der durchschnittliche, der Durchschnittsdeutsche, schlägt Google vor? Krass! Das Durchschnittsalter für Frauen liegt bei 32 Jahren, für Männer bei 34 Jahren. Das finde ich ziemlich spät, oder? Ich hätte jetzt mit was früheren gerechnet. Mal gucken, wie es dann 1970 war, zu Bobbys Zeiten. Jetzt muss ich hier Statistiken lesen, da bin ich natürlich schlecht dran. Krass! Also laut dieser Statistik waren die Männer damals im Schnitt 28, die Frauen 25. Also in den letzten Jahren hat sich da wirklich ordentlich was getan. Habt ihr schon geheiratet? Seid ihr verheiratet? Wenn ja, wie alt wart ihr? Und wenn ihr noch heiraten wollt, also wollt ihr überhaupt heiraten? Und wenn ja, mit wie vielen Jahren? Schreibt es gerne mal rein. Ich bin sehr gespannt. So heiter das Ganze auch klingt, so wird die gute Stimmung schon bald getrübt. Denn Bobby hat wieder einmal einen Unfall. Nur wenige Monate nach der Hochzeit verunglückt er mit seinem Motorrad. Und er leidet ein schreckliches Schädel-Hirn-Trauma. Wochenlang liegt er im Koma. Es ist wieder eine Kopfverletzung. Und Cindy sagt, dass diese Bobby komplett verändert hat. Aus dem liebevollen und fürsorglichen, ruhigen und gelassenen Bobby sei auf einmal ein aggressiver und gewalttätiger Mann geworden. So sei er nicht nur Cindy, sondern später auch dann den Kindern der beiden gegenüber immer wieder gewalttätig gewesen. Cindy gibt zu Protokoll, er habe unter anderem ihren Kopf gegen den Fernseher geknallt und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. So sagt sie, Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf der Couch wieder. Natürlich war er da, weinend. Ich mache das nie, nie wieder. Es tut mir so leid. Seine nächsten Worten waren dann, Wenn du losfährst, um dich nähen zu lassen und denen erzählst, was passiert ist, dann bring ich dich um, wenn du nach Hause kommst. Und das war eben so ein Leitmotiv. Bobby hat immer wieder Gewalt angewendet, hatte seine aggressiven Ausbrüche, nur um danach weinend zusammenzubrechen, sich für alles die Schuld zu geben, ja, zu betteln und doch wieder zu drohen. Und nicht nur diese aggressive Seite von ihm wurde durch den Unfall anscheinend getriggert und entfacht, sondern auch ein unersättlicher Sexualtrieb. Krankenschwestern erzählen später, dass Bobby schon während des Krankenhausaufenthalts nach dem Unfall wie zwanghaft masturbiert hat. Also teilweise hat er nicht mal damit aufgehört, wenn man in sein Zimmer gekommen ist. Am Tag hat man ihn mehrfach dabei erwischt und ihn dann auffordern müssen, endlich aufzuhören. So groß war dieser Drang. Bobby hat deswegen auch Hilfe bei Ärzten gesucht. Da hat ihn aber keiner ernst genommen. Zu dieser Zeit fängt er dann auch damit an, starke Medikamente zu nehmen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Ehe leidet unter all dem Extrem, so dass sich Cindy und Bobby dann 1980 scheiden lassen, was das Allerbeste für Cindy war. Für Bobby bedeutet das aber nur, dass er noch haltloser werden kann. Sein Gerüst, was ihn gerade noch gehalten hat, die Familie, die Kinder, dieses bürgerliche Leben, all das liegt jetzt hinter ihm. Und das, was bleibt, sind seine entfachten Triebe, seine Aggressivität und die Unruhe, die er jetzt so verspürt. Zunächst zieht Bobby jetzt nach Miami, danach nach Tampa. An diesen Orten wird er sich dann einen Namen als Kleinanzeigenvergewaltiger machen. Denn in genau solchen Kleinanzeigen treibt Bobby sich von nun an herum. In Zeitungen. Anbieter, die Haushaltswaren zum Verkauf preisgeben. Kleine Sachen für den Garten oder fürs Wohnzimmer. All das sind Anzeigen, bei denen Bobby sich dann meldet. Er ruft an und verkündet sein Interesse. Hörte er am Telefon eine Frauenstimme, dann hat er einen Termin ausgemacht. Wann kann man sich das gute Stück denn mal angucken? Wann könnte ich vorbeikommen? Und sobald er einen Termin bekommen hat, ist Bobby losgefahren. Zu den Anbietern. Hat das Haus erkundet. Und waren dort mehrere Hausbewohner. War dort ein Mann anwesend. Und Kinder. Dann hat Bobby einfach gesagt, er habe das Interesse am Objekt verloren und ist nach Hause gefahren. Findet er jedoch die Frau alleine vor. Ist es eine einzelne Dame, eine alleinstehende Frau, die da die Couch oder den Rasenmäher anbietet, dann ist es das gefundene Fressen für Bobby. Zuerst fragt er, ob er mal auf die Toilette gehen könnte. Hatte er sich damit dann einmal den Zugang in das ganze Haus verschafft, überwältigte er die Frauen und vergewaltigte sie nachher. Mehr als 50 Vergewaltigungen soll Bobby Joe Long verübt haben. Als er 1983 dann eine neue Frau kennenlernt, die als Röntgenassistentin arbeitet, wundert die sich, warum sie so viel Schmuck von ihrem Freund geschenkt bekommt. Bobby hatte ihr ständig neue Sachen mitgebracht, immer hatte er wieder ein Kettchen für sie oder ein Mitbringsel. Später kam heraus, dass all das Dinge waren, die er seinen Vergewaltigungsopfern geklaut hatte. Und Bobby verliert langsam auch die Angst. Immer wieder kommt er mit seinem Vorhaben durch. Immer wieder schafft er es. Die Frauen sind oft zu verängstigt oder schämen sich, haben Angst, die Polizei würde ihnen kein Glauben schenken oder man würde dann über sie reden und deswegen zeigt ihnen keiner an oder es gibt auch einfach keine Spur von ihm. Er macht es ja so gerissen, weshalb keiner eine Ahnung hat, wer hinter diesem Anzeigenvergewaltiger stecken könnte. So kommt es dann dazu, dass er übermütig wird. Die Kreise, in denen er sich bewegt und diese schrecklichen Taten verübt, die werden kleiner. Er macht es im Bekanntenkreis, zum Beispiel bei seiner Nachbarin, die ihn dann auch anzeigt. Bobby wird auch schuldig gesprochen, geht aber in Revision wegen Mangel an Beweisen und ist dann ohne Strafe auf freiem Fuß. Es scheint so, als würde es ihm langsam auch wieder an dem Kick fehlen. Das, was er verspürt hat bei den ersten Vergewaltigungen. Er will seine Taten intensivieren und er will einen Schritt weiter gehen. Und so begeht er in 1984 den ersten nachweislichen Mord. Und in den nächsten Monaten beginnt eine Reihe von grausamen, sadistischen Morden, die man in ihrer Gewalt eigentlich gar nicht beschreiben kann. Und die Mordrate in seinem Gebiet steigt in einem Zeitraum von acht Monaten dramatisch an. Zu praktisch einem neuen Rekord, wenn man so will. So nimmt er eines Abends zum Beispiel die 20 Jahre alte Prostituierte Artis Wick in seinem Auto mit. Er vergewaltigt und erwürgt sie dann. Ihr Skelett wird erst im November 1984 gefunden, lange nachdem er schon zig weitere Morde begangen hat und als Serienkiller sein Unwesen treibt. Seine Opfer sucht Bobby meistens im Rotlichtmilieu. Mit seinem Auto fährt er die Straßen ab, an denen die Frauen am Straßenrand stehen. Die Stripclubs, in denen auch Sexarbeit angeboten wird. Dort ist er irgendwann dann Stammgast. Vor allem die Nebraska Avenue ist sein neues Gebiet. Viele der Opfer werden nach der Tat in einer sehr erniedrigenden Pose dargelegt. Praktisch als Zeichen der Frauenverachtung und Kaltblütigkeit. So wird im Mai 1984 zum Beispiel die Leiche der Tänzerin Neguin T. Lana Long gefunden. Ihr Körper ist unbekleidet und gefesselt. Um ihren Hals hängt ein Seil. Und das war in etwa auch der Modus Operandi, also die typische Vorgangsweise für Bobby. Die Leichen waren oft entkleidet und in obszönen Posen dargelegt und brutal ermordet worden. Mittlerweile ist auch das FBI an Bord. Sie sind sich klar darüber, dass hier jemand immer wieder sein Unwesen treibt und gehen auch davon aus, dass es immer derselbe Täter ist. Und das finde ich schon sehr fortschrittlich, weil das Ganze war ja um 1980 herum. Und das war sowieso die Hochzeit der Serienkiller. Denn zu diesem Zeitpunkt wusste man noch nicht so richtig, dass es so etwas wie Serienkiller gibt. Man hatte nicht auf dem Schirm, dass ein Mensch so viele grausame Taten begehen konnte. Das war ein neues Phänomen. Und das war der Grund, warum viele Serienkiller erst Jahre später, nachdem sie schon Ewigkeiten ihr Unwesen getrieben haben, gefasst wurden. Hier hat das FBI vergleichsweise schnell geschaltet und gemerkt, hier ist eine Person am Werk, die für all das hier verantwortlich ist. Und diese Person müssen wir finden. Jedoch das alles ohne Internet, ohne die fortschrittliche Technik, wie wir sie heute haben und ohne DNA-Verfahren. Jedoch gab es schon die ein oder andere forensische Technik und die hat in diesem Fall herausgefunden, dass an jedem einzelnen Opfer ganz, ganz kleine Spuren eines Nylonfadens auffindbar waren. Eines roten Nylonfadens. Und man war sich sehr, sehr schnell sicher, dass dieser Faden von einem Teppich kommen musste. Das heißt, wer auch immer der Täter war, er hatte zu Hause einen großen, roten Teppich. Das ganze Gebiet ist also in Aufruhr. Zum einen war da dieser Anzeigenvergewaltiger. Man konnte kaum noch guten Gewissens seine Gartenmöbel in die Zeitung stellen, ohne Angst zu haben, ihn damit anzulocken. Und dann gab es da noch den Mörder der Prostituierten. Der, der im Rotlichtmilieu sein Unwesen trieb. Als Frau zu dieser Zeit in diesem Ort auf die Straße zu gehen, stelle ich mir unfassbar unsicher und gruselig vor. Und so kommt es dazu, dass am 3. November 1984 Lisa McVay, die damals 17 Jahre alt ist, auf dem Weg nach Hause ist. Es ist 2 Uhr morgens und es passiert genau das, wovor die Frauen damals so eine Angst hatten. Und auch immer noch Angst haben. Ganz ehrlich, wie oft erwische ich mich dabei, dass ich einen Schlüssel in der Hand habe, dass ich bereit bin, immer nur einen Kopfhörer drin habe, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, damit ich alles noch um mich herum höre, weil ich einfach manchmal Angst habe, nachts nach Hause zu gehen. Wie geht es euch damit? Habt ihr Sorge oder wohnt ihr an einem Ort, wo ihr sagt, ey, hier sagen sich Hase und Fuchs gute Nacht, hier gibt es nichts zu befürchten? Gerne in die Kommentare damit. Auf jeden Fall, falls Lisa ein ungutes Gefühl gehabt haben sollte, hat sich das wohl bestätigt. Denn sie wird von ihrem Fahrrad gestoßen, überrumpelt und von einem großen Mann in sein Auto gezerrt. Es ist Bobby Joe Long. Er verbindet Lisa die Augen und fährt sie zu seiner Wohnung. Dort vergewaltigt er sie immer und immer wieder. Doch was Bobby nicht weiß, ist, dass Lisa anders ist. Nur wenige Stunden vor diesem Überfall hat Lisa nämlich beschlossen, sich das Leben nehmen zu wollen. Sie hat sogar einen Abschiedsbrief verfasst und war sich ihres Vorhabens ganz, ganz klar. Denn Lisa hat in den Jahren vor Bobby schon einiges erlebt. Sie ist von ihrer Mutter zurückgelassen worden. Ihre Mutter hatte kein großes Interesse an Lisa. Stattdessen ist sie dann bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Eine Frau, die auch kein Interesse an Lisa hatte, die Lisa eher dafür ausgenutzt hat, um ihren Freund bei der Stange zu halten. Der Freund von Lisas Großmutter hat sie nämlich immer wieder vergewaltigt. Jahrelang war sie also vom Freund ihrer Großmutter und ihrer Großmutter selbst traumatisiert worden. Diese hat nämlich den Vergewaltigungen beigewohnt, ohne etwas zu tun. Lisa war nervlich, psychisch und auch körperlich am Ende. Sie hatte nie das Gefühl, irgendwem ihre Geschichte erzählen zu können, hat ihre Wunden immer versteckt und vor allem geheim gehalten. Es war teilweise so, dass sie lieber Überstunden bei der Arbeit gemacht hat, zweite und dritte Schichten angefangen hat, um einfach nicht nach Hause zu müssen. und für Lisa gab es nur eine Möglichkeit, einen Weg, um aus ihrer Situation herauszukommen, nämlich sich selbst das Leben zu nehmen. Doch in der Sekunde, in der sie das Gefühl hatte, dass wer anders diese Entscheidung jetzt für sie treffen will, in der jemand entscheiden möchte, dass sie jetzt sterben soll, war sie sich sicher, dass sie leben will. In der Sekunde wollte sie so sehr leben, wie noch nie zuvor. Später sagt sie, ich wusste, ich wollte dort lebend hinauskommen. Ihr Überlebenswille setzt ein und so übersteht sie diese furchtbaren Stunden mit Bobby Joe Long. Sie weiß, sie muss einen Weg finden, ihn davon zu überzeugen, sie am Leben zu lassen. Und so lässt sie alles über sich ergehen. In einem grotesken Moment fängt er dann auch immer wieder an, sie Babe zu nennen, als wären die beiden ein Paar und würden sich schon ewig kennen und kämmt im Badezimmer dann Lisas Haar, wie das von einer Puppe oder das einer Tochter. Lisa nutzt diese seltsame Situation aus, um ihn zu fragen, warum er ihr das angetan hat. Später sagt sie in einem Interview sie weiß nämlich, dass sie körperlich rein gar nichts gegen Bobby ausrichten kann. Er war groß und breit und schwer und sie war zierlich. Jedoch wusste sie, dass sie mit Psychologie und all dem, was sie schon erleben musste, ihn austricksen kann. Bobby erzählt, er wolle sich mit seinen Taten für eine Trennung rächen. Eine Frau habe ihnen das Herz gebrochen und jetzt müssten andere Frauen leiden, weil Frauen alle gleich sind und ich hasse Frauen und ja, sowas halt. Heutzutage hätte Bobby sicherlich einen Alpha-Mail-Podcast. Kennt ihr die? Diese Alpha-Mail-Podcasts, wo einfach Männer die ganze Zeit darüber reden, dass sie Frauen hassen und was Frauen alles nicht können und was Frauen nicht sollten? Naja, so ein Podcast hätte Bobby jetzt. Und genau das alles erzählt der Lisa dann auch. Also nicht vom Podcast, aber davon, dass er eben Frauen hasst. Lisa hört ihm aufmerksam zu. Immer wieder nickt sie, sagt, I'm so sorry, das tut mir leid, du armer, armer Kerl. Und das ist so unfassbar stark, dass einem Mann ins Gesicht zu sagen, der einen gerade vergewaltigt hat, verletzt hat, der einen überfallen hat und festhält, dieses Gefühl und dieses Gespräch vorzutäuschen, unfassbar. Darüber hinaus bietet Lisa ihm dann sogar an, seine Freundin zu werden. Sie könnte ja sein Girlfriend sein. Sie müsse nur vorher echt mal nach Hause. Sie erzählt, sie habe einen kranken Vater, um den sie sich kümmern würde und da müsste sie jetzt endlich mal wieder vorbeischauen. Bobby ist davon unfassbar gerührt. Und als Lisa dann auch noch sagt, dass sie stolz ist auf Bobby und dass er so ein toller Mann ist, merkt sie, dass sie ihn fast hat. Ihre Augen sind zwar die ganze Zeit verbunden, aber als sie einmal alleine auf Toilette geht, hinterlässt sie zum Beispiel überall DNA Spuren. Sie packt alles an, was geht, um zu beweisen, dass sie hier ist, in der Hoffnung, dass man ihre Spuren irgendwann findet. Auch Bobbys Gesicht hat sie sich durch Abtasten irgendwie versucht vorzustellen. Seinen Körper hat sie berührt. Kleine Dinge in der Wohnung hat sie immer wieder versucht zu erkennen und zu erblinzeln. So ist ihr zum Beispiel durch die Lücke hier unten an der Augenbinde ein roter Teppich aufgefallen. In den frühen Morgenstunden des 4. Novembers führt Bobby Lisa dann zu seinem Auto. Da sieht sie ganz kurz das Wort Magnum auf einer Autoplakette im Innenraum des Autos. Auch die kann sie ganz kurz so erblinzeln und Bobby fährt los. Ein paar Minuten lang fährt er bis er anhält und Lisa freilässt. Er sagt ihr sie solle noch ganz kurz sitzen bleiben warten bis er weg ist und dann darf sie dann die Augenbinde aufmachen und nach Hause ein anderes 17 jähriges Mädchen hätte diese Situation niemals so bewältigen können. Ich glaube wirklich, dass all der Missbrauch, den ich in meinem Leben bereits erfahren habe, mir geholfen hat, da raus zu kommen. Und dann rennt Lisa. Sie rennt und rennt. Sie hat plötzlich den Gedanken, er könnte zurückkommen, er könnte es sich anders überlegt haben und so rennt sie um ihr Leben und rennt zu ihrer Großmutter und dem Freund ihrer Großmutter die Menschen, die Lisa beigebracht haben, wie es ist, in der Hölle zu leben, wie es ist, mit permanentem Missbrauch und Vergewaltigung irgendwie zu überleben. Und es ist wirklich so. Und ich kann mir so vorstellen, dass es das war, was Lisa dann wirklich aus dieser Situation geholfen hat, weil nichts, was Bobby getan hat, war etwas, was Lisa noch nicht kannte. Es gab kaum noch einen Schmerz, den sie noch nicht spüren musste in ihrem Leben. Und deswegen konnte sie sich so davon distanzieren, weil sie das ihr ganzes Leben schon so tun musste. Lisa geht direkt zur Polizei. Sie hat als erstes versucht, ihrer Großmutter davon zu erzählen, was passiert ist. Es hat sich niemand dafür interessiert, dass sie rufen, wo warst du mein Schatz? Stattdessen hat man ihr einfach nicht geglaubt. Man hat gesagt, sie würde sich Geschichten ausdenken, um sich aufzuspielen und irgendwann wird dann doch die Polizei gerufen. Und auch hier wird Lisa zunächst kein Glauben geschenkt. Dabei kann sie so viele Details erzählen. Sie kann erzählen, dass sie diesen roten Teppich gesehen hat. Sie kann von der Magnum Plakette im Auto berichten, aber sie stößt auf Misstrauen. Das ist unfassbar, das ist eine der Ängste, warum Opfer von solchen Taten sich nicht trauen, etwas zu sagen. Die Angst davor, nicht ernst genommen zu werden, verhöhnt zu werden oder einfach auf Misstrauen zu stoßen, ist so gigantisch und absolut verständlich, weshalb ich das ganz schrecklich fand, diesen Teil zu lesen, denn sie hat all das durchgestanden, sie ist so einen langen Weg gegangen, ein Weg des Leidens, nur um dann von den Leuten im Stich gelassen zu werden, die dafür bezahlt werden, ihr zu helfen. Es gibt jedoch einen Beamten, einen Polizisten, der Lisa zuhört. Er ist hellhörig geworden, als sie angefangen hat, von einem roten Teppich zu sprechen, denn er ist in derselben Kommission tätig, in der man nach dem Killer mit dem roten Teppich sucht, nach dem Mörder aus dem Rotlicht Milieu. Und als er dann auch noch nachforscht, was diese Plakette, diese Magnum Plakette im Auto zu bedeuten hat und darauf stößt, dass es ein ganz spezielles Auto ist, nimmt er sich den Fall von Lisa an. So sucht er dann nach allen registrierten Käufern dieses Fabrikates von diesem Auto und im Umkreis des Polizeipräsidiums gibt es einen Bobby Joe Long. 24 Stunden lang wird er befragt, ausgequetscht und immer und immer wieder werden dieselben Fragen gestellt. Forensische Untersuchungen beweisen sehr schnell, dass die Fasern seines roten Teppichs an seiner Kleidung dieselben sind wie die, die man an den Opfern gefunden hat. Die Tat an Lisa gibt er zu, streitet aber zunächst ab, mit den Morden etwas zu tun gehabt zu haben. Als die Polizei dann aber die lange Liste an Beweisen aufführt, gibt er sich geschlagen. Bobby wird dann wegen seinen Vergewaltigungstaten auch jenen, die er damals in Miami begangen hat und wegen Mordes in acht Fällen zu 26 Mal lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Nach 34 Jahren im Gefängnis wird er dann am 23. 5. 2019, es ist also gar nicht lange her, durch die Giftspritze hingerichtet. Auf die Frage, ob er letzte Worte habe, sagt Bobby nein. Es gibt in diesem Fall noch eine Kontroverse. Es meldet sich nämlich ein paar Wochen vor der Hinrichtung von Bobby eine Frau. Es ist Bobbys Tochter. Sie weist darauf hin, dass Bobbys Gehirn durch seine ganzen Unfälle und vor allen Dingen durch das Schädelhirntrauma nach dem Motorradunfall nachweislich geschädigt waren. Sie sagt, ihr Vater sei aufgrund dieser Unfälle zu einem Serienkiller geworden und bittet die Jury darum, von einer Hinrichtung abzusehen. Und ich habe mir ein paar Fragen, an euch notiert. Sollte so etwas in die Urteilsverkündung mit einfließen? Ab wann sollte verminderte Schuldfähigkeit greifen? Und kann ein Mensch mit Hirnschädigung als voll schuldfähig gelten? Schreibt dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Joe schon im jungen Teenager-Alter den Hund seiner Mutter erschossen hat. Das wiederum spricht natürlich dafür, dass diese Veranlagung schon vor seinem schlimmen Unfall vorhanden war. Lisas Geschichte wird später im Netflix Film Believe Me aufgearbeitet. Heute ist sie Polizeibeamtin und klärt als Speakerin über Prävention und Umgang mit Gewalttätern auf. Durch ihre Arbeit gibt sie vielen Frauen Hoffnung. Lisa hat später noch darüber gesprochen, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Dass egal was ihr passiert ist, sie die Verantwortung für ihr Leben und für ihre Zukunft tragen möchte. Und das finde ich unfassbar stark, weil ich auch lange Zeit meines Lebens immer irgendwelche Ereignisse für alles verantwortlich gemacht habe. Ich habe gesagt, ey, dass ich damals das und das verkackt habe, das liegt ja daran, dass mir das passiert ist. Dass da meine Noten nicht so gut waren, das liegt daran, dass ich da mit dem Kopf woanders war. Und natürlich ist es unfassbar wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, was einem passiert ist und wofür man nichts kann und welche Verhaltensmuster das hinterlassen hat. Ich habe eine ganze Reihe von Marotten, für die ich immer anderen Leuten die Schuld gegeben habe. Und Lisa hat es so klar ausgedrückt, dass sie nie wieder diesen schlimmen Menschen die Macht über ihr Leben geben möchte. Sie möchte nie wieder die Verantwortung abgeben und sagt deswegen, mir sind schreckliche Sachen passiert. Klar bin ich dadurch geworden, wie ich bin, aber ich will mein Leben tragen und einfach das Beste daraus machen. Und das finde ich unfassbar schön, weil es ist wirklich so, ab irgendeinem Punkt muss man sich diese Macht wieder zurückholen und es ist ein unfassbar anstrengender Weg und ich habe auch lange dafür gebraucht und bin jetzt aber an dem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, dass alles, was in der Vergangenheit passiert ist, die Vergangenheit ist irgendetwas davon so groß machen und dem die Macht geben, mein jetziges Verhalten zu bestimmen. Menschen, die einem wehgetan haben, sollten nicht länger über das eigene Verhalten bestimmen dürfen. Die sollten diese Macht gar nicht haben. Und dass Lisa das so krass ausdrücken konnte, nach all den schrecklichen Taten, die ihr angetan wurden, das hat mich so tief berührt. Und das wünsche ich Dass ihr wisst, wer ihr seid und was ihr könnt und dass ihr euch das von niemandem und nichts absprechen lasst. Egal was war. Ich drücke euch. Bis zum nächsten Mal.